Im letzten Video zu dieser Reihe zum Tic-Tac-Toe-Spiel habe ich euch erklärt, wie man die Beziehungstypen Aggregation und Komposition implementiert. Und bei der Komposition, also bei der starken ganzen Teilebeziehung, habe ich auch erwähnt, dass es eine alternative Möglichkeit der Implementierung gibt, zu der, die ich euch da gezeigt habe. Und um die dreht sich jetzt dieses Video hier. Und das Ganze zeige ich euch am Beispiel der Klassen GameController und PlaygroundView, die also die Darstellung des Spielfelds in der Konsole übernimmt. Bevor ich jetzt in die Details einsteige, will ich zunächst nochmal die Motivation zu diesem Video erklären. Also, warum braucht ihr überhaupt eine Alternative für die Implementierung der Komposition zu der sehr einfachen Möglichkeit, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Werft dazu nochmal einen Blick hier in die Klasse GameController. Hier seht ihr, dass Objekte der Klassen Player, PlaygroundModel und PlaygroundView Attribute vom GameController sind und daher bei der Erstellung eines GameController Objekts mit erzeugt werden. Das ist hier rechts nochmal schematisch als Speicherabbild dargestellt. Ein GameController beinhaltet also über seine gesamte Lebensdauer Objekte dieser anderen Klassen. Manchmal ist es aber so, dass ein Teilepartner in dieser starken ganzen Teilebeziehung erst zur Laufzeit erzeugt werden soll. Und in diesem Beispiel nehme ich dafür gleich das Objekt vom Typ PlaygroundView. Die Struktur der Klasse GameController ändert sich dadurch oberflächlich nur in einem Detail. Nämlich hat diese statt einem richtigen PlaygroundView Objekt nur einen Pointer darauf. Und wenn dann zur Laufzeit ein PlaygroundView Objekt erstellt wird, kann dem GameController die Adresse dieses neu erstellten Objekts bekannt gemacht werden, so dass der GameController die PlaygroundView dann wieder per Dereferenzierung ganz normal nutzen kann. Ich werde euch aber gleich sehr anschaulich zeigen, dass diese eine kleine Änderung in der Klasse GameController noch ein paar weitere, aber sehr wichtige Erweiterungen notwendig macht. Und was diese Erweiterung mit der Regel der sogenannten großen Drei oder auf Englisch Rule of Three zu tun hat, erkläre ich euch auch hier. So, okay, ich starte jetzt hier in die Programmierung mit demselben Zustand, den ich schon zum Ende des letzten Videos erreicht hatte. Übrigens, alle Quelldateien zu diesem Minispiel findet ihr auf GitHub und den Link zu dem Repository findet ihr unten in der Beschreibung. So, das Spiel Tic-Tac-Toe ist also schon lauffähig. Dazu muss man in der Main-Funktion nur ein GameController Objekt erzeugen und das Spiel dann mit der Methode StartGame starten. Okay, soweit so gut. Jetzt ändere ich aber die Klasse GameController, wie gerade angekündigt, nämlich so, dass ich ein Playground-View-Objekt erst zur Laufzeit erstelle. Dazu gehe ich zunächst mal in die Deklaration der Klasse und mache hier aus dem Attribut V einen Pointer auf ein Playground-View-Objekt. So, wenn ich hier also im GameController dynamisch zur Laufzeit Speicher anfordere, um ein neues Playground-View-Objekt zu erzeugen, bin ich als sorgfältiger Programmierer auch in der Verantwortung, diesen Speicher wieder freizugeben. So, für solche Aufgaben gibt es den Destruktor. Das ist also die Methode, die aufgerufen wird, wenn ein GameController Objekt an das Ende seiner Lebensdauer kommt. So, und hier lösche ich dann das Objekt, auf das der Pointer V zeigt. In der Datei GameController CPP muss ich durch diese Änderung zwei kleine Anpassungen vornehmen. Im Konstruktor muss ich hier das Playground-View-Objekt tatsächlich erstellen und V dann den Pointer dieses Objekts zuweisen. Und das mache ich einfach, indem ich das Schlüsselwort New hier voranstelle. Und dann muss ich überall dort, wo ich eine Methode vom Playground-View anwende, den Punkt durch den Dereferenzierungsoperator, also diesen Pfeil hier, ersetzen. Hier ist das glücklicherweise nur an zwei Stellen. So, auf diese Weise habe ich also wieder eine starke ganze Teilebeziehung, denn die Lebensdauer des Playground-View-Objekts endet sicher mit der Lebensdauer des GameControllers und kann auch nicht lösgelöst davon existieren. So, mit diesen kleinen Änderungen kann ich jetzt wieder in die Main-Funktion gehen und das Spiel starten. Und hier seht ihr, dass das Spiel immer noch läuft. Scheinbar gibt es also bis hierhin kein Problem. Tatsächlich scheint das so, aber mit diesen wenigen kleinen Änderungen haben wir ein echtes Problem einprogrammiert. Und das zeige ich euch jetzt. In der Main-Funktion erstelle ich jetzt einen zweiten GameController, GC2, und dem weise ich über diese Zuweisung hier alle Werte der Attribute von GC zu. Also zum Beispiel auch die Spieler mit ihren Namen. Das heißt, GC2 kann jetzt von den Spielern gespielt werden, die im Konstruktor zu GC hier oben ihre Namen angegeben haben. Das lasse ich jetzt wieder laufen und scheinbar läuft auch alles glatt, aber wenn ich an das Ende des Spiels komme, wird hier eine Ausnahme ausgelöst oder mit anderen Worten, das Programm schmiert hier ab. Also, es gibt doch ein Problem. Aber wo? Die Ursache hier liegt in dieser Zuweisung. Tatsächlich wird hier keine Zuweisung im eigentlichen Sinne durchgeführt, sondern es wird der sogenannte Kopierkonstruktor aufgerufen. So, Moment. Wenn ihr jetzt in die Deklaration von GameController hier schaut, seht ihr ja nur einen Konstruktor und das ist der Standardkonstruktor. Das heißt, der Kopierkonstruktor, also derjenige Konstruktor, der aufgerufen wird, durch diese Anweisung hier, wird also automatisch erstellt und genau bei dieser automatischen Erstellung passiert das Problem. Um das ein bisschen genauer zu erklären, schreibe ich jetzt mal hier den Kopierkonstruktor, so wie er eben automatisch erstellt wird, auf. Ein Kopierkonstruktor ist also ein besonderer Konstruktor, der durch diese Form des Übergabeparameters hier charakterisiert ist. Das ist also immer eine Referenz auf ein Objekt derselben Klasse und damit das Objekt, von dem eine Kopie erstellt werden soll, beim Kopieren nicht verändert werden kann, wird dem hier noch das Schlüsselwort Konst vorangestellt. Zum Kopieren werden dann einfach alle Werte der Attribute von dem gegebenen Objekt in das neue Objekt geschrieben. Und das seht ihr wieder hier rechts im Speicherabbild. Alle Werte der Objekte werden in die Kopie übertragen und eben auch der Pointer auf das Playground View Objekt. Das heißt, sowohl GC als auch GC2 hier nutzen dasselbe Objekt, um die Daten aus dem Model anzuzeigen. Das an sich ist erstmal kein Problem. Zu einem Problem wird es erst dann, wenn die Objekte GC und GC2 zerstört werden. Nehmt mal an, dass das Objekt GC2 zuerst zerstört wird. Dann wird also der Destruktor von GameController aufgerufen und dabei wird das Objekt, auf das der Pointer V verweist, mit zerstört und der Speicherplatz wird wieder freigegeben. Soweit ist auch noch alles okay, aber dann soll das Objekt GC zerstört werden. Es wird wieder der Destruktor aufgerufen und es wird nochmal versucht, das Objekt, auf das der Pointer V zeigt, zu löschen und den Speicherplatz freizugeben. So und hier passiert jetzt der Schlamassel, denn der Speicher ist schon freigegeben worden und der Zugriff darauf führt dann zu dem Fehler. Okay, Problem erkannt, Gefahr aber noch nicht gebannt. Dazu muss ich jetzt den Kopierkonstruktor erstmal ändern. Und dazu kopiere ich nicht den Pointer von V, sondern ich erstelle hier ein neues Playground View Objekt. So, wenn jetzt also der Kopierkonstruktor aufgerufen wird, wird nicht das gesamte Objekt kopiert, sondern bei der View wird eben ein neues Objekt im Speicher erzeugt und der Pointer darauf wird an das neue Objekt übergeben. Und für dieses Beispiel hier heißt das, dass GC und GC2 jeder sein eigenes Playground View Objekt zur Darstellung der Daten hat. So und damit kann ich das Spiel wieder starten. Und jetzt seht ihr, dass das Ganze problemlos abläuft. Das ist also eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Jetzt könnt ihr euch aber mit Recht die Frage stellen, ob so eine Kopie des Game Controller Objekts überhaupt sinnvoll ist. Ich würde auch sagen, nein. Und wenn das nicht sinnvoll ist und diese Kopie eigentlich nur zu Problemen führt, wäre es doch viel besser, wenn man diese Kopie explizit verbieten würde. Das kann man auch machen und das wäre dann der zweite mögliche Lösungsweg für das Problem. Und dazu schreibe ich hier nur die Deklaration des Kopierkonstruktors und schreibe dann dahinter Delete. Damit verhindere ich also, dass der Kopierkonstruktor automatisch erstellt wird. Und weil es den Kopierkonstruktor dann eben nicht mehr geben kann, darf auch diese Operation hier in der Main-Funktion nicht mehr durchgeführt werden. Ihr seht hier also, dass es jetzt einen Fehler gibt. Und der Fehler sagt, dass auf eine gelöschte Funktion verwiesen wird, nämlich auf den gelöschten Kopierkonstruktor. Jetzt muss man aber noch eine zweite Sache beachten und das ist diese Zuweisung hier. Der Zuweisungsoperator ist also etwas anderes als der Kopierkonstruktor, auch wenn es sehr ähnlich aussieht. Die Methode, die bei dieser Zuweisung hier ausgeführt wird, wird ebenfalls wieder automatisch erstellt und führt eben auf das gleiche Problem, das ich euch gerade schon beim Kopierkonstruktor gezeigt habe. So, und die Deklaration dieses Zuweisungsoperators sieht jetzt so aus. Wenn ich jetzt aber schon den Kopierkonstruktor verboten habe, macht es eigentlich keinen Sinn, diesen Zuweisungsoperator zuzulassen. Also verbiete ich jetzt auch noch die automatische Erstellung von diesem Operator, indem ich an die Deklaration wieder gleich Delete anfüge. So, und in der Main-Funktion seht ihr jetzt wieder einen Fehler mit derselben Beschreibung wie gerade, nämlich, dass dieser Operator auf eine gelöschte Funktion verweist. Und damit ist das Kopieren von Game-Controller-Objekten sowohl über den Kopierkonstruktor als auch über den Zuweisungsoperator nicht mehr möglich. Und damit habe ich auch das ursprüngliche Problem gelöst, dass ein Game-Controller auf ein möglicherweise gelöschtes Playground-View-Objekt verweisen kann. So, ihr habt also gesehen, dass durch diese Änderung hier im Game-Controller, wo ich aus dem Playground-View-Objekt einen Pointer darauf gemacht habe, noch ein paar weitere Ergänzungen nötig wurden. Ich habe nämlich hier als erstes den Destruktor ergänzt, um das dynamisch erstellte Objekt wieder zu löschen. Und dann habe ich auch noch den Kopierkonstruktor und den Zuweisungsoperator überschrieben, beziehungsweise hier in diesem Beispiel jetzt, deren automatische Erzeugung durch dieses Gleich-Delete verhindert. So, diese drei Methoden hier werden auch die großen drei genannt, oder etwas geläufiger ist wahrscheinlich die Bezeichnung Rule of Three, die besagt, dass wenn ihr in einer Klasse dynamisch Objekte erstellt, wie hier dieses Playground-View-Objekt, dann müsst ihr einen Destruktor vorsehen und ihr müsst den Kopierkonstruktor und den Zuweisungsoperator überschreiben oder wie hier explizit löschen, um den Fehler, den ich gerade demonstriert habe, zu vermeiden.